so ihr wisst das lese ich jetzt nicht vor das dauert dann wohl ein bisschen zu lange und ja ihr braucht noch pause drücken und dann geht das weiter so und ach hier da da sind wir jetzt wir sind auf dem richtigen wege weil der zettel da war nämlich vorher noch gar nichts das ist schön wir sind auf dem richtigen wege genau gut okay dann geht es da weiter so jetzt da lang warte mal ich hab da was warte mal ich muss jetzt wieder runter glaube ich nach ghr hier glaube ich sagen so weil ich was gehört habe das ist habe ich das jetzt ich kann von da nicht muss hier lang ja das ist wieder der rote wald guck mal was wir hier haben wird gespeichert also hier sind wir noch nicht gewesen so ne da sind wir definitiv die ja das lagerfeuer hat man noch nicht da sind wir das ist 31 87 wir brauchen aber 45 84 45 84 das ist 45 jahre das hier irgendwo da muss was sein da da warte mal da ist das da ist das zelt genau wir müssen jetzt vom vom zelt aus ja das wäre quasi darüber das heißt da wo wir rumgelaufen sind wo hier außen rumgelaufen hier außen rumgelaufen also noch hier und ja 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 I am an empty rag, made in his image, but not a light, a servant, obedient to one master. My body is a shell, and I am ready to absorb him. Now I see the plan, now I see the magnitude of devastation. The Creator summons me, and I want to be his food. I am humming his tune. I am looking at the world through his eyes. I drink the blood of his enemies and taste the rotting bodies. I feel the sin sprouting under my skin. I hear screams in my head. I hear them calling me. I hear the calling of the ones that through him have already found their eternal shelter. Free them, my lord. Free them, and take me instead. Fulfill your revenge at the hour of my death. An army of angels comes out from the orange light. Their song is made of one powerful voice. I feel my presence, their twisted faces, their black eyes drilling into my consciousness. They demand to finish the work. Ah, his presence is overcoming me. What have they done to you? What harm? There is a place. You were there, and so was I. A huge gate. And the Creator hidden behind it. Only those few who touched him could understand what you could. You understood. And I understood from you. Ja, very interesting. So. A markup. Ah, guck mal einer an. Hier, das war dann dieses 45. So, genau. Das heißt, wir sind jetzt da. Und, ähm, ja, wir sind noch oben, ne? 45, hier. 84, abgehakt. Das heißt, 51 und 62. Ähm, warte mal, wo war das denn nochmal? 51, 51, 51, 52, 62 ist hier. Ja, ähm, wir müssen, ja, äh, sei es jetzt durch den Wald, hier rüber, dass wir da nochmal hinkommen, weil ja da noch was ist. Weiß ich auch mal, ich schalte mir zumindest so, nur da ist kein Weg. Nur 51, entweder ist das auf dem Berg, äh, 51, ja, und das andere ist 62. 62, das wäre dann immer hier unten, da muss auch noch was sein. 62, 47, 62, 47. Ja, wir müssen auf jeden Fall in die Richtung. Da sind wir auf jeden Fall richtig. Das heißt, wir müssen auf jeden Fall darunter. Vom Wald aus, ähm, ist jetzt die Frage, wir sind jetzt geradeaus vom Zelt, genau, wir sind davon geradeaus vom Zelt hinter uns, in den Wald gelaufen, denke ich mir. Ich bin von da gekommen. Ich will mich nochmal koordinieren. Jetzt falsch rausgelaufen. Ich will das mal hier hoch, über sich sein. Irgendwo muss ja hier, das, ach, ich verlaufe nicht wieder, ich hasse das, ey. Nur das Ding auf der anderen Seite. Nee, warte mal, da oben, äh, läuchtet irgendwas. Ach, okay. So, da sind wir. So, wir sind jetzt wieder aus unserem Feuerjacken. Das ist hier. Diese Stelle, na, war, ist da, also etwas, ja, quasi, wir gucken gerade direkt drauf zu. Das heißt, rechts, rechts vorbei und dann gucken, dass wir da auf den Weg kommen. Also, ich muss durch den Wald. Das heißt, rechts, okay, das ist dann da in diese, in diese Richtung ungefähr. Naja. Okay. Naja. Ach, du nervst doch, Junge. Ach, die Geistern hier überall rum in dem Wald. So, ich glaube, ich muss, äh. Ja, Rukla, im Spiel. So, wir sind etwas rechts durch, das heißt, wir müssen... Irgendwo, ich glaube, hier lang, hier hoch, irgendwo, hier hoch, irgendwo. Das sieht aus, hier eine Treppe, oder? So, das heißt, das wäre ja hier irgendwo... Ja, ich würde einmal komplett... Ja. 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 Ja, genau. Da will er da wieder nicht hin. Ach, wie soll der Sackgasse hier um? Ich brech weg, ey. Was ist denn das für ein Quatsch? Wo ist das? Nächste Höhle. Aber irgendwie kommt mir die Höhle auch wieder sehr bekannt vor, muss ich sagen. Jetzt haben wir hier schon mal... Geht doch mal runter. Jetzt, ich bin zwar ein Hocker jetzt. Okay, dann nicht. Die Höhle ist ein Arsch, hier ist nix. Ja, oben ist es ein Totem. Wo ist das denn jetzt hier? Mann, nee. Naja. Das ist merkwürdig. Eigentlich... Das heißt ja eigentlich, also theoretisch müsste ja hier irgendwas sein. Gut, die Höhle ist also ein Fake. Hier ist nix zu holen. Hier fällt es einfach nur runter. Da ist raus. Und guckt mal, ob wir irgendwie hochkommen oder so. Vielleicht bin ich einmal komplett rumgelaufen. Gehst du wohl mal hier hoch jetzt, du Lümmel? Wie ist das mal Zeltplatz? Eigentlich hätte ich da hinten... Da hinten lang gemusst. Ich denke mal, hier sind wir falsch. Denk ich mir ganz einfach mal. Das ist halt... Ja. Den Baum, den kennen wir, ja. Dann gehen wir mal kurz rein. Das ist windstill. Da war es windstill um den Baum herum. So, ähm, ja. Da ist der Baum. Da sind wir. Wir sind in die falsche Richtung gelaufen. Ich sage ja, wir sind einmal im Kreis gelaufen. Ich habe aber den Weg hier nicht gefunden. Wieso scheiße bin ich da? Das heißt, ich muss wieder zurück durch den Wald. Auf die andere Seite. Aber ich habe da nichts gefunden. So, immer weg da. Kompass. Ja gut, okay. Damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Dann mal strecken. Damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Boah, ey. Ich komme da jetzt mal dran. Koks aber auf der Karte, weil er dich auch koordinieren will. Ja, mein letzter Speicherpunkt ist ja das Zelt gewesen da unten. Das lädt viel zu lange. Na, okay. Das war da hier, wo der Zettel war. Warte mal, hier war der Zettel. Irgendwo gesehen bin ich ja da. Hier. Das heißt, ich müsste jetzt rechts laufen. Das heißt, ich müsste in diese Richtung... Und was ist da? Da würde ich mal gucken. Ich würde jetzt nicht falsch laufen. Da ist das Zelt hinter mir. Stein. Das heißt, rechts. Also jetzt. Diese Richtung. Denke ich mir. Es müsste diese Richtung sein. So sieht es aus, als wäre ich da hoch könnte. Nein. Das muss ja hier irgendwo und muss das... Das muss ja... Ne, das hat mal gerade. Ach, geh doch weg. Das heißt, hier müssen wir irgendwo rauf. Das muss hier sein. Da kriegst du dich immer wieder ein, Alter. Hat auch. So, hier haben wir doch was hier gefunden, wo wir jetzt rüberkamen. Das heißt... Ja. Ich würde jetzt sagen... Den Weg haben wir jetzt gefunden, denke ich mal. Das heißt, wir sind jetzt hier. Ich müsste aber links abbiegen, damit ich hier rüberkomme. Ah. Ähm. Das heißt, ich würde mich jetzt links halten. Ich denke, dass hier war und dann links. hier jetzt links das hauen kultus her klingt das schon so wir müssen da gehen jetzt mal nicht durch jetzt außen her koordiniert vorgehen das spiel ist echt spannend muss ich mir echt mal sagen das hat mal was für sich ohne flachs da ist nix immer gerade aus 2 wieder lang definitiv hier lang ja und jetzt wo sind wir denn jetzt kann das sein dass wir habe ich den turm da gerade gesehen das baum jetzt einfach mal hier lang da ist die hütte da ist die holzhütte moment wo war die das bei dir das hier das müsste auf den turm genau wir laufen direkt drauf zu das ist richtig können wir von hier aus näher ist es ein gebirge glaube ich vielleicht hätten wir ja vor rechts abbiegen also nicht auf dem turm drauf zu laufen sondern rechts abbiegen das heißt ich werde mal hier zurücklaufen hier so wir sind trotzdem auf der lichtung wo Mist dieser Haufen Scheiße ist das ey